Noch alle da? Schön. Wo ist denn das Gatter? Ach, Quatsch, die Welt. Die Sonne geht unter. Die Welt geht unter. Bisschen zu melodramatisch heute. Kommt. Äh, da. Ich seh hier gar nicht mehr von lauter Kühen. Alle mal rein hier. Yay, yay. Das ist ja doch nun. Komm, du Huhn. Du bist so ein Dose-Tun. Ich dachte immer, ich könnte höher springen. Ich mach schon mal... Ach, ich hab vergessen, aufzuleuchte. Und ich hab keine Fackeln dabei. Oh, nein. Okay, ähm, na, hier. Zack und zack. Und da hab ich hier jene und dann mach ich das hier und dann hab ich da irgendwas anderes. So, äh, schnell hier, bevor die Viecher kommen. Ich muss nämlich auch zurück. Nein, nicht daneben. Ich brauch... Nein, Mann. Ach, die reiß ich später wieder ab. Ich hab echt keine Zeit mehr. Komm, 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 komm. Ich muss zurück. Noch einen Ruhm. Ach, das ist das, was nicht reingekommen ist, ne? Nein! Ich bin nicht selber reingefallen. Mann, was ist denn los heute? Ihr bleibt da. Paarab könnt ihr euch morgen... Rein, 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 rein. Ach, Sicherheit. Gott sei Dank. Oh, wir haben einen großen Hunger, sehe ich gerade. Dann müssen wir ja... Ah. Können wir direkt zwei nachholen? Ist das Getreide schon gewachsen? Nein, nicht wirklich. Okay. Ach komm, dieses eine Huhn will ich da jetzt auch noch eben reinschmeißen. Es kommt sowieso wieder raus, aber ich kann ja erst mal rein. Komm. Du tustierst dich gar nicht für mich, hä? Ah doch, jetzt schon. So. Jetzt hafen sie mich. So, die Hühner lasse ich erst mal drin, damit ich ein paar Eier kriege. So, du und du, ihr macht jetzt Liebe. Wenn ich genug Eier von den Hühnern bekommen habe, dann mache ich den Hühnerstall und schmeiße einfach ein paar Eier rein. Okay, dann kommen ja auch irgendwann mal Hühner. So ist eine kleine Kuh. Oh. 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 Wo mache ich denn das Schafgatter hin? Oh. Oh. Dutzi, 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 Dutzi. Dutzi, Dutzi. Oh, du bist so süß. Ich habe einen Plop gehört. Da hat er irgendwas im Ei gelegt, oder? Aber ich habe es schon. Okay, dann wünsche ich euch viel Spaß. Dann mache ich jetzt erst mal, mich da rein, einen Hühnerstall zu bauen. Ich glaube, ich weiß auch schon genau, wo ich den hinsetze. Nämlich den Platz, den wir schon da oben hatten. Da haben wir ja gesagt, da wollen wir noch irgendwas Kleines hinstellen. Der würde sich doch so einen Hühnerstall eigentlich ganz gut anbieten. Komm, 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 komm. Hier so. Oder war das nicht der Platz? Nee, das war der Platz. Oder war es doch da? Ich weiß es nicht mehr. Nee, war doch hier. Ja, du schaffst ein bisschen zu klein. Aber mal sehen, was ich machen lässt. Was mich passt, wird passend gemacht. Habe ich glaube ich schon mal gesagt. Lalalalala. Lässt sich hier auch noch provisorisch vergrößern. So. Hm. Wenn ich hier noch aufstocke. So. Und hier auch nochmal. Nee, hier nicht. Weil es dann unerfällig aussieht. Oder? Ah, lass ich so. So, und hier? Da könnte ich doch... Ich brauche schon wieder Zäune, ne? Ach, ätzend. Da brauche ich aber auch wieder ein Crafting Table. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Ach, die Plays ist schön. Die werde ich beibehalten. Vielleicht noch ein paar neue Sachen reinlixten, weil ich merke, dass das schon die dritte Wiederholung ist bei meiner Aufnahme hier. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie lange ich schon spiele. Aber dritte Wiederholung, das... Ja, mir gefällt es immer noch, aber... Naja, mal gucken. Wofür haben wir jetzt? 48? Das ist ja gar nicht. Das reicht, ich brauche gar nicht so viel, wenn ich mich noch stelle, das müsste eigentlich sogar reichen. Brauche ich noch was anderes? So, das müsste reichen, eigentlich. Ach, die sind erwachsen geworden, die meisten. So, dann würde ich mich gerne, wo ist der Zaun? Ja? Das selbe Spiel hier drüben. So, und dann mache ich folgendes. So, dann mache ich das. So, dann mache ich das. Hm. So war noch ein Heuer. Uns geht schon wieder das Holz aus. Ah, Zäune verbrauchen aber auch so. Jetzt schmeiße ich hier mit Holz rum. Verbrauchen aber auch so edelig viel Holz. So, das ist natürlich jetzt doch viel zu wenig. Ne, ich hatte es kleiner gedacht. Also, wollte ich das machen, hier so einen kleinen... Kennst vor, da hatte ich vor. Oh, ich habe natürlich noch ein bisschen von den... Bitte, was für ein Film müsste machen das hier. So, 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 so. So. Äh, keine Ahnung, da hin. Dann machen wir einfach noch zack, 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 zack. So, das müsste doch jetzt reichen. Hm. Ich glaube, hier muss dann aber auch noch Holz hin. Das wird echt knapp hier. Der Hühnerstall kostet uns ne Menge. Der muss sich auch wieder mit Gravel auskleiden und... Ach, Mann. Aber es sieht schon ganz schön aus. Hier in der Hühnerstall? Ah, wird noch. Wird noch besser. Hopp ich. Vielleicht. Eventuell. Und zack, und zack, und zack. Zack, und zack, und zack, und dann... Zack, und zack. Brauchen wir natürlich noch Licht. Das wollen wir den auch nicht vorenthalten. Machen wir mal hier und einmal da so ein bisschen Licht. So, wenn ich das hier vorne... Na, ist doch noch zu klein. Ich müsste doch noch einen erweitern. Weg da. Weg, 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 weg. So, Zäune. Hatte ich doch noch ein paar, oder? Ja. Ja, mehr als genug. So. Und, so. Was gibt's denn hier in der Mitte? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nein, gibt's natürlich wieder nicht Ach, ihr könnt mich doch alle mal Ich bin glatt zur Suche, das doch noch um eins zu erweitern Ich will eine Mitte haben Das mach ich auch Ich werd das jetzt hier noch ein weitermachen Ich will verdammt noch mal in der Mitte Warum dauert es eigentlich so edelig lange Zäune wegzukloppen? Gibt's da einen Trick hier mit einem bestimmten Werkzeug, dass es dann schneller geht? Ich meine, bei den wooden Slaps hier, bei den bei den kleinen hier oben, da ist ja auch mit der Spitzhack raus irgendwann schneller Geht das mit denen auch? Das glaube ich nicht, ne? Wir kommen mit dem Holz nicht hin, das wird mischt Muss ich wieder wooden Slaps machen? Da hab ich noch einen, das ist einer zu wenig Natürlich Doch, das könnte sogar noch passen Zäune hab ich jetzt ja wieder genug Ach so Ja, die ist jetzt natürlich falsch Und die ist jetzt wieder falsch Äh, der Crafting Table da So